So, Hallöchen, heute zurück zu White Day. Ich hab mal offline geguckt, wie ich das alles machen kann, dieses Scheiß mit dem, ähm... Mit dem... Moment, wo sind wir gerade eigentlich? Ich sehe irgendwie gar nichts. Ähm, hallo, mach doch... Muss ich mal wieder, ähm... Hier Equipment Match, yep. Ähm... War das denn nicht hier irgendwo? Hier war das doch, genau, genau! Hier. Ähm, ich hab geguckt... Jetzt lockt. Achso, ähm... Und ich kenne kurz, wie ich das hinbekomme. Ähm... Ähm... Nach links auf die 5. Wäre cool, wenn es klappt. Dann auf die 6. Dann auf die 4. Dann auf die 7. Das ist der erste... Nein! Äh... Baseballs... 5. Und 2. Moment! Kurz nachgucken. Moment, Moment! Baseballs... Rallyballs... Rallyballs... 5... Footballs... Und Basketballs... Ist doch richtig! Verarsch mich jetzt nicht! Okay, warte! Ähm... 5. Nochmal. Auf die 5. Auf die 6. Auf die 4. Bitte, bitte nicht klappen. Und auf die 7. Muss ich vielleicht... Moment. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ich gucke mal mit euch nach. Also, dann wüsst du jetzt wenigstens, wie das funktioniert. Hier sind ja... Welcher Klassenerum ist das gerade? Welcher Klassenerum ist das gerade? 12. Eeeh, da genau wollte ich rein. Plus 1. Basketball plus 1. Ich bin... Ah, dieses... Diese Geräusche wieder. Ich drehe hier gleich durch. Ich weiß gerade echt nicht, wo ich... Na, langklaufe. Ähm... 12 und 7 ist da hinten. Genau. Lauf doch! Oh Gott. Oh! Scheiß Eimer, ne? Oh Gott. Ähm... Dann hier hinten drin, ne? Ähm... Ja, okay. Hallo! So. Hallo. So. Ähm... Baseball plus 1. So. Oh, halt auf die Klappe! Halt auf die Klappe! So, dann waren das nämlich noch einmal hier, ähm... War nach unten? Genau. Und dann einmal 12.4, 12.5 oder so war das, glaube ich. Glaube ich. Ähm... So, das hier ist 1. Das heißt, das ist... Oh! Aber ich konnte mich voll schreiten. Diese Lava-Dinge, die da rauskamen. Hier ist... Hier ist 5. 5. Ehrlich, dann bitte. So. Oh Gott, das Gesicht hat mich gerade voll erstreckt. So. Baseball plus 1. Basketball plus 1. Ja. Ähm... Hallo, Rahu! Raus hier. Jetzt haben wir 4. Und 4 ist hier drin. Genau, 4 ist hier. So. Ähm... Hier ist sogar das Licht an, wie süß. So. Ähm... Baseball plus 1. Und Wombieball plus 1. Also das heißt, ich hatte eigentlich schon die richtigen Mengen. Hatte ich schon. Es war schon alles richtig. Vielleicht müsste ich das einfach angucken. Weil ich habe da nicht gespeichert. Ich habe einfach ausgemacht. Das wird es wohl sein, hoffe ich mal. Dann kommen wir jetzt endlich zurück. Und dieses scheiß Puzzle-Rätsel-Dingens verenden. Ich hoffe, es wird so sehr, dass wir es jetzt hinkriegen. Oh Gott, das ist so nervig. Es ist so nervig, dieser Scheiß. Auf jeden Fall nerven es dann Dings nicht. Hier der Mr. Hausmeister. Das ist schon mal super. Das ist wenigstens etwas Fröhliches. Erfreuliches an dieser Sache, wenn diese komische Frau so rumschreit. Ähm... Es ist ziemlich dunkel. Ich weiß, aber ich kriege es irgendwie nicht hin. Aber ich zeige euch mal. Option. Ja. Kann man nicht einstellen. Das ist scheiße. Da konnte ich vollständig beenden. Oh, einmal. Ich bleibe genau vom einmal stehen. Und ich kriege es trotzdem nicht hin. Okay. Ist doch hier am Ohrbaum. Nee, hier drin. Aber nochmal. So. Baseball. Ähm... Auf die 5. Dann auf die 6. Das ist mir auch schon rumzuwackeln. Auf die 4. Auf die 7. Wieso denn Lock? Das ist doch richtig. Also... Turn left to the number of baseballs. Turn right to the number of volleyballs. Turn left to the number of soccer balls. And turn right to the number of basketballs. Was ist das? Kein Plan, was da wieder rumspringen. Ich bin spinnt. Diary. PE Class. 12. I don't understand. I don't understand. I don't understand. Warum willst du nicht? Also. Vielleicht... Ich mach das mal andersrum. Fünf. Sechs. Vier. Andersrum. Alter, ernsthaft. Wir haben es geschafft. Schön. It's a battle of... Ah. Gift. Ähm. Okay. Okay. Ich weiß, wo wir hin müssen. Wir müssen jetzt nach unten gehen, wahrscheinlich. Ja. Da... Genau. Das ist... Alter, dieser Eimer. Ich dreh hier noch irgendwann... Ich dreh hier noch irgendwann durch. Ganz ehrlich. Äh, lauf ich, oder? Ja, ich lauf... Wow. Wow. Ähm. Ich werde jetzt versuchen, immer die Videostyler zu machen. Muss ja irgendwie funktionieren. Also, hoffe ich mal. So. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier. Hooray. Und gehen hier unten jetzt an die, äh, Dinger... Dinger. An die Dings, das Dings, hier ran. Was hier? Hallo. Hallo. Ich hab doch... Hab doch... Ich möchte hier aber... Achso. Ob ich hier einfach gar nichts sehe. Ja, aber ich hab doch... Ja. Okay. So. Ähm. Müssen wir das hier machen? Oh Gott! Was war das? Okay. Okay. Wer geht jetzt da hin? Das heißt, wir vielleicht müssen... Okay, das war für... Hallo, wer hat sich das tun? Was machst du da eigentlich? Machst du so rum? Okay. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja, das lässt sich einfach... Okay. Wir folgen dir jetzt einfach. Und keine Ahnung. Stirb mal bitte irgendwie. Blaues Monster Dingens. Stirb, verrecke! Äh. Ja. Ja, hier. Ich weiß selber nicht genau, was ich gerade tue. Auf jeden Fall. Lustig ist... Lustig einfach auf. Schnell dahin. Oh! Schnell. Schnell. So, jetzt gehen wir... Das ist nur noch der eine hier übrig, ne? Ja. Hier. Oh Gott. Was ist sonst? Hilfe? Was? Yay! Schmilzt du? Lustig einfach auf. Wie jetzt? Wie jetzt? Was ist jetzt? Was ist ein Gese... Leute, was ist das für ein Gese... Äh! Eeeh! Hier sind überall Gesichter! Eeeh, was ist das denn? Eklig? Ja. Ja, es ist eklig. Okay. Ich... Feuer! Feuer! Ich wünsche dich, ich hätte eine Fackel und... Scream. Oh. Warum wird denn das blau, wenn ich da raufgehe? Kann mir das jemand sagen? Können wir jetzt noch umgehen zu dem Vibe, die wir gerettet haben? Das ist schon voll cool irgendwie. Ähm. Okay, mal gucken, ob wir das hinkriegen. So. Ähm. Weid, wo bist du? Ich möchte meine Belohnung haben, dafür, dass ich die gerettet habe. Hallo? Ich möchte hier... Was? Habe ich zugemacht? Ich sehe hier gerade irgendwie gar nichts, weil es so hell ist. Äh, dunkel. Amulett. Ja. Amulett. Ja, nimm es doch! Ja, schön. Können wir sonst noch irgendwas machen? Nein, es ist zu dunkel für alles. Scheiße, ey. Es ist so dunkel, ganz ehrlich. Warum? Alter. Ernsthaft. Ja, hi. Was denn? Wohin gehst du denn? Warum? Ach so. Hi. Ich weiß auch nichts über mich. Ja. Ähm. I can't... You don't need to know. Candy? Äh. Weil... Schiffstern. Ja. Oh, fuck. Echt? Sollten wir? Okay. Gar nichts. Also mach ich Profil. Was? 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 W-w-was? Ich wollte doch bei ihr sein. Ich wollte doch bei ihr sein. Ich wollte doch bei ihr sein. Warte. Ich wollte die... Okay. Warum? Vielleicht ihre Schwester. Was ist los? Hä? Was soll ich halten? Was? Was hab ich denn getan? Oh, ich würde nach oben gehen. Oh, ich würde nach oben gehen. Habe ich sie jetzt kaputt gemacht? Ich glaube, dahin wollte ich gar nicht gehen. Ich habe sie kaputt gemacht. Sollte ich mir anders antworten? I don't know. I don't know. Wohin wollte ich... Ach, mein Herz tut weh. Sorry, ich wollte es nicht. Wir haben hier noch... Was ist das nochmal? Pen. Lunchbox. Use. Gut, gut. Ich dachte, was ist denn hier los? Tut dein Herz wie, weil du sie irgendwie verletzt hast? Vertraut es mir. Ich muss mir irgendeine einmal... Ah, fuck! Ich dachte, wir sehen den diesmal nicht. Ich habe keinen Plan mehr, wer das war. Aber nicht die, die ja... Wer die... Dings geben wollte, ne? Was war denn hier drin? Sollten wir hier irgendwas... Machen? Sollten wir... Weil die haben hier hingezeigt. Aber was soll hier schon sein? Ist doch gar nichts. Die liegen mich an, die Schweine. Okay, dann gehen wir halt nicht lang, man. Uff. Habe ich jetzt irgendwas ganz böses ausgelöst, weil die mich jetzt hasst? Also... Vielleicht sollte sie mich nicht hassen? I don't know. Oh Gott! Ich muss... Danke, ich wusste, dass ich dahin muss. Ich finde das Recken ist super. Ähm... Wurden... 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 Dingsviech. Das passiert mich auch mal, wie ich mich erschrecke. Wegen solchen Scheiß-Sachen. Mir gehen ist nichts. Ja. Bitte, ich will da rein. Weg von dieser komischen Frau. War das nicht die, die sich ja erhängt hat? Vielleicht war das die Schwester. Isolation. Main Building Area 2. Oh, Hunt. Gesegnet seid ihr alle. Ähm... Können wir bestimmt nicht rein? Oh, wow. Warum wackelt die immer so rum, Darlidas? Können wir da auch nicht rein? Doch. Hier liegt viel. Es ist ein Map. Oh. Ja. Wir haben... Map. Geil. Cooler Scheiß. Licht! Hab ich gar nicht gesehen. Hallo? Was liegt an? Hallo? Licht? Ach, meine Meinung. Ist das so scheiße. So. Es ist eine Note. Ähm... Musik-Room. Musik-Room. But the most common is the ghost playing the piano. Every stormy night, it sits there in the school playing the piano in the dark. Also, sometimes the music player in the music equipment room has been seen randomly turning on and off. Some people think this is caused by the art music teacher who killed herself long ago. So. Ich kann mal wieder nicht lesen. Ich könnte mich dafür mal schlagen. Ähm... So noch... Oh, ja. Pen. It's a pen. Ich könnte eigentlich wirklich mal wieder speichern. Ähm... Oh, hallo. Geh mal weg. Was? Das hier? Okay. I'm glücklich. Ah! Was? 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 Okay. Nein, danke. Verze... Verze... Ich... Oh... Was ist denn heute los? Telefon! So, call me, baby. Du, 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 du. Ich will speichern, ganz ehrlich. Ich will speichern. Wo ist noch das Telefon? Ja, äh... Ich muss doch erstmal... Wo bin ich? Irgendwo mache ich. Scheiße. So. Da. Telefon. Telefon. Soll ich dir auf den Rücken klatschen? Es sieht aus, als ob du hustest. Ganz ruhig. Wieso wollen hier so viele? Ich hab denen noch nichts getan. Das war ich nicht. Ganz ehrlich. Hier gibt's so viel. Ich glaub's nicht. It's a note. Ahem. Klass. Data. Topic Tau... Taus... Tausen? Tausen? Was? Teacher Lee Sang Moon. Let's learn about Hu Jing, commonly known as the Five Elements. People today think that the Five Elements are simple and that the whole thing is an easily understood concept. So the importance of the... Echt jetzt? Oh, nö. Warum ist der denn immer noch hier? Hilfe? Ist er hier? Ich weiß nicht. Ich bin dicke weg. I don't like you anymore. Oh man, geh doch weg! Du Scheiß. Ich will kein Asiate sagen. Sorry. Finde ich was... Und dann hier? Oder geht er weg? Ah... Ja... Ah! Gott! Ah... Alter, ich hab den nicht gesehen, ganz ehrlich. Ich hab den nicht gesehen. Ja... Geh bitte weg. Ganz ehrlich, geh weg. Ganz weit. Oh mein Gott, der ist so scheiße. Warum tut er das? Könntest du bitte richtig weit weg gehen? Dass ich dich nie wieder sehen kann? Ist er weg? Alter, er rührt mich so oft. Meine Hand hat einen Krampf. Mein kleiner Finger hat einen Krampf, würde ich eher sagen. Könnten Sie bitte weggehen? Sie stören meinen Unterricht hier. Aber es ist sehr nervig, weil ich möchte den Kindern was vorlesen. Ne, das ist so richtig scheiße, wenn du die ganze Zeit... Ja, wo ist er denn? Hallo? Könnten Sie bitte gehen? Ach, ich sieht sie mal wieder. Sie zählen. Nein. Man muss doch auch höflich zu den älteren Menschen sein, die das unbedingt brauchen. Weil sie dann durchdrehen und einen mit dem... Bechtelschläger auf den Kopf schlagen. Hm, was? Haben wir den Geist wieder hier, der an der Tafel kratzt? Hallo? Was ist hier? Habt ihr das gesehen? Da ist... Alter, warum ist das so... Warum ist das so ein Geist? Ähm... Ist er da hinten? Oh, scheiße, jetzt will ich nicht mal hier sein, bin er da... Geist, geh weg, ganz ehrlich. Ich möchte hier nicht mal drinnen sein. Die kommen eh nur im Dunkeln. Mach das nicht viel an, verdammt. Alter. Alter, ist doch so gut hier. Alter. Daher wie... So, the importance of the real meaning is lost in the modern day. The five elements show all changes in the universe. Their futures are shown in this diagram. Each element interacts with each other in two different ways. The generating interaction meaning each element supports each other. And the overcoming interaction meaning each element overcomes each other. Generating interactions. Wood feeds fire. Fire creates earth. I am, oh ja, earth breathes metal, ne? Metal carries water as an, mm-hmm, was? Water nourishes wood. Overcoming interactions. Wood parts earth. Earth damns water. Water extinguishes fire. Fire melts metal, metall ships wood. Our studies, uh, studies and towers. Was ist das? We continue next lesson. Ich diese Trusse jetzt mal weg. Bitte. Hört sich schon an. Da ist er wieder. Können die mal weggehen? Announcement to the teachers on night duty. The principal does not like people intruding his, uh, his office while he is not there. So the password to the lock has been changed. Ich muss die Trusse jetzt mal gehen. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Da. Da liegt noch was. Was will ich haben? Ähm. Halt die Schnauze. Halt die Schnauze. Halt die Schnauze. Halt die Schnauze. Das ist komplett normal für ein Teenager. However, some students try to bring people down by spreading rumors about the school. Rumors that frighten others. This shows that common sense in the students is loud these days. Students are not realizing that rumors are all just practical, practical jokes made up by other students. They take this silly story seriously and that really gets in the way of students living up to their dreams. And all of this shows a strong correlation to suicide rates in teenagers. There was one story I heard where there was supposed to be a face of a Japanese prisoner with a curved neck that will come out the walls to stab people. What other nonsense, you see? Das hab ich gesehen. Dumme Sau. Oder was? Oh Gott. Unfair. Darf's nicht leben. Ich... Wegen sie... Das Eis am Mu... Tschüss. Mhm. Oh Gott. Ich... 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 Warum? I... I don't want to... Oh, Kannst du mal abhauen, ganz ehrlich? Oh, Mann. Ich hab nicht keine Lust mehr. Was ist er denn? Oh, da soll mich mal nicht nerven, ne? Ganz ehrlich. Ah, ich will doch nur speichern. Ah, ich will doch nur speichern. Ja. Solange diese schessige Viech jetzt nicht wiederkommt. Ich möchte echt drin eigentlich... Ich möchte nicht mehr drin sein. Ganz ehrlich. Oh Gott. Ah, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Nein. Geh weg. Ich mach das nicht nochmal. Geh... Hallo, ich möchte hier... Hallo. Schlag mich nicht. Geh weg. Das ist er... Was mach ich denn jetzt? Alter, er soll weggehen. Ich möchte hier einfach nur raus. Rein. Kennst du? Ah, was? Ah, ah, nein. Nein. Ah, scheiße. Toll, jetzt bin ich gestorben wegen dir, du Penner. Oh, Mann. Warum konnte ich denn nicht zurück? Warum hat er mich gesehen? Alter. Ja, ich melde mich wieder, wenn ich's hab. Ciao.